Hier gibt es dann die Hotel Gasburg Spa, die ist oben. Und hier geht es an für ein Boot. Hier kann man sich noch schön kuschen. Das ist jetzt direkt vom Hotel. Das ist ein kleiner öffentlicher. Und hier vorne sind die Liegen. Die gehören zum Hotel. Hier kann man hier liegen. Hier steht zwar kostenpflichtig, aber da darf man sich kostenpflichtig. Und das ist der komplette Sohnstand. Hier fahren wir es dann beim Kulturerbe Messebahn. Das Ganze hier fahren wir. Dann machen wir am Donnerstag einen Ausflug hier noch.